Der Film ist eher der Versuch, ein bisschen aufzuräumen mit manchem gefährlichem Halbwissen, was es über Trauer gibt. Also, dass man jemanden loslassen muss, dass man erstmal die eine Liebe abgeschlossen haben muss, bevor man eine andere anfangen kann. Dass die Trauer ein Problem wäre, das es zu überwinden gilt. Hey, Angie. Heute hättest du Geburtstag gehabt. Dein 31. Aber in mir wirst du immer 29 bleiben. Ob sich das wohl ändern wird mit der Zeit? Ob du wohl irgendwann mit mir älter wirst? Oder werde ich noch mit 65 ein 29-jähriges Mädel lieben? Ich habe ein Bild von uns in meiner Wohnung aufgehangen. Manchmal, wenn ich lange auf das Bild schaue, dann spüre ich dich. Dann spüre ich deinen Arm um meine Hüfte. Ich spüre das Gewicht von deinem Kopf auf meiner Schulter. Und wenn ich meinen Kopf zur Seite neige, dann spüre ich dort deinen Widerstand. Ich spüre dich in diesem Moment so klar, als wärst du wirklich bei mir. Hallo Erik, schön, dass du hier bist. Und schön, dass du dich ins schöne Berlin gewagt hast, hier zum Märchenbrunnen. Dein Film, wer wir gewesen sein werden. Ich habe den gesehen und ich muss erst mal sagen, ein super emotionaler, aber auch sehr, sehr persönlicher Film. Also ich habe so ein bisschen wie so ein Ratgeber aufgefasst. Und ich muss sagen, dass das Problem, glaube ich, für mich ist, dass ich niemals in dieser Situation war. Und ich habe versucht, mich in diese Situation hineinzuversetzen und habe einfach gemerkt, das kann ich einfach nicht. Ich glaube, wenn man sowas nicht selbst erlebt hat, dann kann man überhaupt nicht nachvollziehen, wie das ist. Ich habe mich gefragt, wie oder was dein ausschlaggebender Punkt war, an dem du gesagt hast, du möchtest gerne diese Archivmaterial zusammenschneiden und diese persönliche Geschichte über dich und deine Beziehung mit deiner Partnerin oder deiner verstorbenen Partnerin erzählen. Ja, also im Grunde ging alles los, nicht mit dem Wunsch, einen Film zu machen, sondern als ich nach drei Wochen ungefähr aus dem Krankenhaus kam, nach dem Unfall, habe ich als allererstes mal einfach alles an Material, was es von Angie und von mir gab, gesichert. Also jedes Foto, jedes Video und auch fünf Festplatten kopiert, damit bloß nichts verloren geht. Und dann habe ich mit der Zeit angefangen, mir das mal anzuschauen, weil ich unglaublich viel gedreht habe zu Lebzeiten und jede neue Technik an Angie getestet habe. Ich habe mir das aber nie angeschaut. Und jetzt saß ich zu Hause und diese Aufnahmen waren im Grunde mein Weg, Angie nochmal zu sehen. Angie nochmal zu hören und nochmal sie durch das Material neu zu entdecken. Dann habe ich vereinzelt angefangen, Ausschnitte mal zusammenzustellen und zu schauen, was passiert. Und gleichzeitig aber auch meine Trauer zu dokumentieren. Erstmal einfach nur für mich. Denn ich habe mich nach dem Unfall so allein gefühlt wie noch nie in meinem Leben. Und niemand hat mir richtig eine Antwort geben können. Was kommt denn da auf einen zu, also in der Trauer? Und ich habe gedacht, das ist ja so ein menschliches Gefühl, was jeder einmal durchgeht. Wie kann es sein, dass so viele Menschen Hemmungen haben, darüber zu reden? Wie kann es sein, dass da so eine große Unsicherheit besteht, wie man auf jemanden zugehen soll? Und wie kann es sein, dass ich mich wie der erste Mensch fühle auf der Welt, der jemanden verloren hat? Und deswegen habe ich einfach mal angefangen, auch diesen Trauerprozess zu dokumentieren. Und nach einem Jahr ungefähr ist dort eine erste Fassung entstanden, die eigentlich eher für mich war. In der ich auch versucht habe herauszufinden, ich werde Angie niemals loslassen, wie manche sagen. Also ich, äh, wie soll das auch gehen? Also all die Liebe, die ich in mir habe, all der Kontext, all das, was sie mir bedeutet hat, das ist ja immer noch da. Und ich möchte stattdessen die Beziehung zu ihr verändern. Und dieser Prozess des Films war für mich auch ein Weg herauszufinden, welche Beziehung kann ich denn zu ihr jetzt noch führen, wo sie tot ist? Wo kann sie noch stattfinden? Wo darf ich sie weiter lieben im Alltag? Und, ähm, ja, nach einem Jahr ist eine erste Fassung entstanden. Die habe ich Freunden geschickt und Menschen von Festivals und habe gefragt, was denkt ihr? Ist das ein Film? Kann das ein Film sein? Oder ist das meine persönliche Trauerbewältigung? Und ganz viele haben gesagt, ja, natürlich ist das ein Film. Das hat Relevanz für andere Menschen. Mach weiter. Und habe mir ganz viel Feedback gegeben. Ganz, also trau dich, dem Material Fragen zu stellen, auf das du nie Antworten finden wirst. Trau dich, Angie und dich auch als Figuren zu begreifen. Versteck dich nicht, sondern zeig auch alles, was du durchgemacht hast. Und das alles habe ich mir zu Herzen genommen. Und nach einem weiteren Jahr ist dann sozusagen ein Film entstanden, von dem ich mir damals gewünscht hätte im Krankenhaus, als ich mich eben gefragt habe, was kommt denn da jetzt? Und der hoffentlich anderen Menschen auch helfen kann, sich weniger allein zu fühlen in dieser Erfahrung. Also der Film ist sozusagen der Ratgeber, den du gerne gehabt hättest und der jetzt auch anderen helfen soll, Trauer besser zu bewältigen. Ratgeber würde ich nicht sagen. Ich würde eher sagen, ein Erfahrungsbericht. Und also ein Beispiel, wie Trauer sein kann. Aber das hat mir damals unglaublich geholfen, der Austausch mit anderen Menschen, mit anderen Betroffenen. Einfach zu hören, wow, du bist nicht, also alles, was gerade passiert, ist normal. Du bist nicht krank, du bist nicht gestört. Du darfst diese Gedanken haben, du darfst dich diese Fragen stellen. Also ich habe auch gemerkt, jetzt in meiner Erfahrung auch aus Trauergruppen, es gibt viele Fragen, die sich Trauernde stellen. Und in der Trauer so individuell, wie sie ist, gibt es auch Dinge, die sich ähneln. Und auch davon wollte ich erzählen. Auch von den positiven Dingen, die entstehen können, paradoxerweise. Die das Schlechte nicht wettmachen und nicht wiedergutmachen, die aber auch entstehen. Also einfach einmal ganz offen über Trauer zu sprechen. Und ich finde es tatsächlich eher überraschend, dass dieser Film jetzt so groß geworden ist und sich so viele Menschen darin wiederentdecken. Also ich dachte eigentlich, als ich ihn Anfang Februar gedacht habe, ich bringe ihn jetzt auch im Eigenverleih raus. Also einen Film zu haben, den keiner sieht, ist ja auch nichts wert. Und ich dachte eigentlich, wenn ich fünf Kinos habe, bin ich happy. Dann ist das für mich wie fünf Festivals und ich komme ins Gespräch mit den Leuten. Und ja, jetzt bin ich eben auf einer sechswöchigen Tour durch Deutschland und habe ganz viele wunderschöne Begegnungen. Und mich erreichen tatsächlich ganz viele E-Mails von Menschen, die sagen, also zum Glück wird das Thema auch in den Medien und endlich mal auch etwas mehr in der Mitte der Gesellschaft besprochen. Und zum Glück werde ich nicht mehr so abgeschoben an Trauergruppen oder an Therapeuten, sondern es ist ja ein ganz normales Bedürfnis, ein ganz normales menschliches Gefühl. Das möchte Ausdruck haben, auch im Alltag. Und der Film ist eher der Versuch, ein bisschen aufzuräumen mit manchem gefährlichen Halbwissen, was es über Trauer gibt. Also dass man jemanden loslassen muss, dass man erst mal die eine Liebe abgeschlossen haben muss, bevor man eine andere anfangen kann. Dass die Trauer ein Problem wäre, dass es zu überwinden gilt. Also das sind alles Dinge, die ich erfahren durfte, die für mich neu waren, schrecklicherweise. Und ich hoffe, dass der Film ein bisschen helfen kann, manche dieser Dinge zu normalisieren. Also könntest du für die Zuschauenden jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassen, was der Film für dich persönlich ist? Für mich persönlich ist der Film eine Liebesgeschichte über den Tod hinaus. Also die Liebesgeschichte von Angie und mir, wie wir uns gefunden haben, kennengelernt haben, wie ich sie verloren habe durch den Tod, aber wie ich sie auch wiedergefunden habe im Laufe der Zeit. Anders als gewünscht, aber ja, trotzdem, wie ich sie nochmal in meinem Leben halten konnte. Ich habe so eine Fläche und da drin. Wenn du meine alten Kinderbücher aufschlägst, werden dir seitenweise vierblätträge Kleeblätter entgegenkommen. Zeig mir dreieinhalb. Wie sehen dreieinhalb aus? Es hat hier ein quasi extra Blatt am Blatt, aber es ist... Das ist einfach in der Mitte abgerissen, oder? Wir sind auseinandergewachsen. Also es ist ein dreieinhalbblättriges. Achso. Ja. Weißt du? Ja. Heute bist du auch etwas komisch drauf. Du nimmst mich überhaupt nicht mehr an. Doch, ich nenne dich an. Doch, das ist eine Plansequenz für uns zwei. Es sind die kleinen Momente, die ich am meisten bereue. Wie dieser Moment, als ich Angis Blick nicht gesehen habe, auf den ich so gern reagiert hätte. Das hier ist ein schönes Ding zum Umschauen. Wenn man hier kurz stehen bleibt, schau mal. Guck, da kann man nach oben schauen. Da gibt es dann ganz viel, ganz viel Baum. Du sagst in deinem Film, ich habe noch nie jemanden verloren. Also wie geht das dann, das Trauern? Hast du nach dem Film, also wahrscheinlich, du hast ihn ja jetzt auch schon sehr, sehr oft gesehen, hast du danach das Gefühl, dass du jetzt endlich eine Antwort darauf gefunden hast? Ja, insofern, dass ich jetzt weiß, in der Trauer ist alles erlaubt. Und man kann nichts falsch machen. Und es gibt keinen falschen Weg. Das Falscheste, was passieren kann, sind schlechte Ratschläge aus der Gesellschaft, die einen umgibt. Gut gemeinte schlechte Ratschläge. Aber tatsächlich war auch das ein Versuch in diesem Film, also mich auch wirklich in schwachen Momenten zu zeigen. in peinlichen Momenten, in Momenten, für die ich mich schäme. Auch um zu sagen, in der Trauer ist alles erlaubt und man kann nichts falsch machen. Und ich glaube, das Beste, was hilft, ist, mehr darüber zu sprechen, sich auszutauschen und diesem Bedürfnis nach Austausch auch mehr Raum zu geben. Und zwar, als du entschieden hast, den Film zu machen, du meintest gerade drei Wochen, nachdem du aus dem Krankenhaus kamst, hast du dir das Archivmaterial zum ersten Mal angeguckt. Aber als du dann entschieden hast, diesen Film zu machen, wie haben denn deine Familie und die Familie deiner verstorbenen Partnerin darauf reagiert? Also kam da viel, naja, eher Unwohlsein oder haben sie doch gesagt, ja, das ist eine sehr gute Idee? Also meine Familie wusste sowieso nicht so ganz, wie sie mit mir umgehen soll, natürlich, wie es auch vielen Angehörigen geht. Also diese Unfähigkeit, was kann ich jetzt sagen, wie soll ich mich überhaupt verhalten? Deswegen haben die mich natürlich einfach erstmal machen lassen. Und genau, Angies Familie habe ich natürlich auch im Vorfeld eingeweiht. Und es ist auch so, ich hätte diesen Film gar nicht machen dürfen, aus ethischen und legalen Gründen, ohne das explizite Einverständnis ihrer Mutter. Weil auch das Recht am eigenen Bild geht für zehn Jahre an die Erben über. Das heißt, hätte ihre Mutter mir verboten, irgendein Bild von Angie zu zeigen, hätte ich diesen Film nicht zeigen dürfen. Aber auch sie sagt, ja, das hat einen Wert für andere Menschen. Und sie trauert anders, auch anders als ich, aber sie hat den Film, also sie wird sich den Film nie im Kino anschauen, hat sie gemeint. Aber sie hat den Film auch in zwei Anläufen geschaut und hat gesagt, sie hat auch ihre Angie darin wiedergefunden. Und das war sehr schön. Und auch ihr Vater, genau, über den ich ja auch eine nicht so positive Geschichte im Film erzähle. Also er wollte Angie zum Segelfliegen abholen, kam aber einfach nicht. Und das war so die Beziehung, von der Angie oft erzählt hat. Aber auch ihn habe ich im Vorfeld gefragt, ob ich das erzählen darf. Und er hat gesagt, ja, natürlich, wenn Angie das gesagt hat, dann erzähl davon. Und er hat den Film zweimal im Kino gesehen und mit ihm war ich da nach Essen. Und ich glaube, er ist auch sehr froh, dass es da einen Ort gibt, an dem auch er, Angie, nochmal hören und sehen kann. Der Film läuft ja jetzt schon ein bisschen im Kino, wie du mir am Anfang erzählt hast. Wie ist es denn für dich, wenn du jetzt immer wieder über eure Beziehung reden musst, wenn du das alles nochmal aufarbeitest, wird es leichter mit der Zeit? Oder wie ist das für dich? Absolut. Also das Reden über das Unsagbare hilft natürlich. Also das war ja auch der Prozess des Films. Der Versuch, Worte zu finden für ein unbeschreibbares Gefühl. Damit bemächtigt man sich ja Dingen. Und man bemächtigt sich auch einer Angst vorm Unbekannten. Und darüber zu sprechen, hilft natürlich auch, die Dinge mehr zu realisieren. Seinen Frieden damit zu schließen, sie zu akzeptieren. Und inzwischen ist es so, dass ich, ja, ich glaube, ich höre keine Frage. Es gibt keine Frage, die ich jetzt noch nicht gehört oder beantwortet habe. Und natürlich wird auch das mit der Zeit leichter. Genau. Okay, du hast gesagt, dass die Einnahmen für den Film ja etwas Gutem zugutekommen. Jetzt habe ich den Satz irgendwie ein bisschen profisch formuliert. Aber du spendest ja alles, was sozusagen für den Film eingenommen wird. Möchtest du uns davon mal ein bisschen erzählen? Ja, das war, also der Film ist ja außerhalb eines jeden Systems entstanden. Ohne Förderung, ohne Sender, ohne alles. Und ich bringe ihn jetzt auch im Eigenverleih ins Kino. Auch eine neue Erfahrung. Aber für mich war auch klar, dass dieser Film, ja, kein Film ist, mit dem ich Geld verdienen werde. Oder mit dem ich mich bereichern werde. Sondern dieser Film wurde gemacht, um, ja, über die Themen Tod, Liebe, das Leben zu sprechen. Nicht, um mich zu bereichern. Und ich habe auch mit Angies Mutter ausgemacht, dass alle Gewinne, die der Film erzielt, und die gibt es schon, dass die gespendet werden an Trauereinrichtungen und Trauerinstitutionen. Genau, viele, die mich jetzt auch begleiten zur Kinotour. Also ich versuche immer in den Filmgesprächen danach, Vertreter vom zum Beispiel Argus e.V. für Suizidhinterbliebene, vom Fight e.V. für verwaiste Eltern und Geschwister von der Nikolaides Young Wings Stiftung in München für junge Trauernde. Also immer Partner dabei zu haben, auch um Anlaufstellen und weitergehende Informationen anbieten zu können für die Menschen, die im Kino sind und das eventuell brauchen. Und, ja, der Film, was ja einspielen wird, wird am Ende auch gespendet. Ja, tatsächlich ist das was, was ich mit ihrer Mutter zusammen besprechen werde. Also ich habe so meine Ideen, an wen ich gerne Geld geben wollen würde, aber ihre Mutter hat auch schon gemeint, sie würde auch gerne nochmal in Angies Sinne auch mit überlegen, wem Angie denn vielleicht gerne was gespendet hätte. Also das ist tatsächlich was, was ich mit ihr gemeinsam entscheide. Also eine persönliche Entscheidung, die dann zusammen im Rahmen gefällt wird. Du meintest schon, du hast schon Feedback bekommen auf alle Fälle. Wie nehmen denn die Menschen allgemein den Film jetzt wahr? Sehr erstaunlich viel Dankbarkeit kriege ich mit. Also mich erreichen nach jedem Screening drei E-Mails am nächsten Tag von Menschen, die auch von ihren Geschichten erzählen, die sagen, sie finden sich so wieder in diesem Film und wie schön, dass das alles mal so thematisiert und besprochen wird. Und ich glaube, es ist auch schön für viele, dass dieser Film ja ein sehr tröstendes Narrativ hat, eben zu sagen, auch wenn der Mensch geht, manches bleibt auch und manches darf man behalten. Es gibt auch Menschen, die niemanden verloren haben und die sich auch in dem Film wiederfinden können, weil die einfach sagen, naja, ich hatte andere Geschichten, die mich geprägt haben, über die ich im Alltag auch keinen Raum finde zu sprechen. Und es geht ja um das Neufinden von Identität und das ist ja ein universelles Thema. Aber ja, größtenteils sehr, sehr viel Dankbarkeit, ganz viel Zuspruch, ganz viele Menschen, die auch sagen, ich war mit meiner Freundin drin und jetzt versteht sie mich ein bisschen besser. Sowas auch. Und das ist natürlich das schönste Feedback. Also wenn der Film helfen kann, Empathie zu erzeugen auf beiden Seiten und eben diese Sprachlosigkeit dem Thema gegenüber etwas zu überwinden. Ich habe noch eine Frage zu dem, also es ist ja ein Film, der aus Archivmaterial besteht. Da habe ich mich gefragt, wie gut konntest du dieses Material von Anfang an in eine Reihe bringen? Also wusstest du vorher schon, wie deine Struktur ungefähr aussieht oder hast du das eher während des Prozesses dann für dich festgestellt? Ja, normalerweise ist es ja so, man weiß ungefähr, was man erzählen will und dann überlegt man es sich und setzt es so zusammen und findet eine Form. Hier durch diesen intuitiven Prozess am Anfang, wie ich erwähnt habe, ich habe ja im Prozess des Trauerns einfach angefangen zu dokumentieren. Dadurch ist im Grunde die Geschichte erst im Nachhinein entstanden. Also ich hatte dort einen Film zusammengesetzt intuitiv und durch das Erzählen, durch das Zusammensetzen, habe ich ein Narrativ gefunden, das ich als meine Wahrheit akzeptieren konnte. Also genau der andere Weg. Und natürlich hat das unglaublich viele Schritte mit sich gebracht. Also ich habe manchmal mich drangesetzt und einfach nur Sachen eingesprochen und versucht, welche Bilder könnten passen. Passt Musik oder nicht? Wo entstehen Spannungsfelder? Dann habe ich es drei Wochen später vielleicht wieder überworfen. Also ich habe versucht, so ehrlich wie möglich zu sein. Nicht zu verstecken, nicht zu beschönigen, uneitel zu sein und versuchen drin zu lassen, was für mich wahrhaftig ist. Und natürlich habe ich ganz viel Feedback von anderen Menschen bekommen, was wiedergeholfen hat. Auch den Blick von außen natürlich auf das eigene zu bekommen. Und es war wirklich ein Prozess von zwei Jahren, in denen ich mehr oder weniger mehrfach die Woche mich rangesetzt habe und immer noch mal auch überprüft habe. Stimmt das denn noch? Ist das noch für mich wahrhaftig? Oder hat sich da inzwischen schon wieder alles verändert? Und ist das vielleicht eine Veränderung, die das vorher aber trotzdem genauso richtig sein lässt und die später aber was anderes bewirkt? Also es war ein Prozess. Ja, und dadurch, glaube ich, ist dieser Film auch so anders als viele andere Filme zu diesem Thema, weil er eben so direkt und ohne Abstand und radikal subjektiv entstanden ist. Und du meintest jetzt, es ist über einen Prozess von zwei Jahren entstanden, du hast immer wieder überworfen, du hast viel verändert. Hat sich dann auch bei dir viel in der Art des Filmemachens verändert? Hast du da gemerkt, dass sich da eine Änderung getan hat? Ja, ich habe sehr viel gelernt tatsächlich durch diesen Prozess. Sehr viel über Assoziatives erzählen. Ich habe sehr viel über das Drehbuchschreiben gelernt. Dadurch, dass man einfach mal merkt, was möglich ist, was in den Lücken entsteht, die man manchmal lässt. Und ja, natürlich hat sich auch eine Haltung zur Welt verändert seit Anjis Tod. Also alle Filmprojekte, die ich vorher geplant hatte, alle politischen Geschichten über Druck, gesellschaftlichen Machtmissbrauch, das ist mir alles mehr oder weniger egal geworden. Sondern inzwischen möchte ich gerne Geschichten erzählen über schöne Menschen. Und ich möchte gerne versuchen, ja, mehr der Intuition zu folgen, nicht unbedingt immer den Regeln des Filmemachens, die es gerade im Spielfilmbereich ja noch öfter gibt als im Dokumentarischen. Und im Dokumentarfilm ist ja das Schöne, dass jeder Film seine eigenen Regeln erschafft. Ja, da habe ich viel gelernt und habe mich tatsächlich auch ein bisschen in den Dokumentarfilm, also in dieses Genre des Dokumentarfilms verliebt und werde auch dort weitermachen. So, der Film ist fertig. Wir haben jetzt alles durch, wie das entstanden ist, wie du den Film geschnitten hast, wie der Prozess einfach funktioniert hat. Und jetzt ist das Ergebnis da. Du bist auf Kinotour. Wie ist das für dich, bei so einer Kinopremiere jetzt dabei zu sein und diesen Film so vielen Leuten präsentieren zu können? Sehr schön. Also, es ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Tatsächlich ganz unterschiedlich. Vor allem überrascht mich, dass dann doch so viele kommen. Ich dachte am Anfang, also wenn es so 15 sind im Schnitt, bin ich zufrieden. Aber dann, genau, gab es ja einiges an Berichterstattung in den Medien. Dann dachte ich, okay, erhöhen wir es mal auf 30. Und in Hamburg waren es, glaube ich, 112. In Essen 111. Und in München waren es jetzt 97 vorgestern. Und in Berlin ist das Babylon ausverkauft, gestern und heute. Also, das ist natürlich ein tolles Gefühl. Vor allem, ja, zu merken, okay, es gibt da diesen Zuspruch. Also, diese Geschichte, das war ja auch ganz am Anfang ein Schritt, diese schlimmste Erfahrung meines Lebens, ist nichts Belastendes, sondern sie hat einen Wert. Und sie ist auch etwas Schönes. Und sie hat auch einen Wert für andere Menschen. Und das ist natürlich auch, ja, für mich persönlich was Schönes. Es ist toll, die Gespräche danach zu führen, ganz viele andere Menschen kennenzulernen, sich auszutauschen. Das hat für mich einen unglaublich großen Wert. Und gleichzeitig bin ich auch froh, wenn die Tour dann vorbei ist. Und genau, wenn ich das Thema etwas wieder ruhen lassen darf und mich auf mein jetziges Leben und auf die neue Beziehung wieder konzentrieren darf. Okay, so, also wir sind jetzt gerade in der Realität hier und jetzt. Hast du denn jetzt schon Pläne, was so dein nächstes Wunschprojekt ist? Du hast gesagt, du möchtest das dann erstmal so ein bisschen zur Seite legen und dich auf deine jetzige Beziehung konzentrieren. Aber hast du schon in der Zukunft irgendwelche Projekte geplant, von denen du erzählen kannst? Ja, also es läuft natürlich immer vieles parallel. Also der Film wird mich auch noch beschäftigen bis Ende des Jahres. Also ab Dezember wird er irgendwie veröffentlicht werden, dass es ihn auch danach zu sehen gibt. Das Katholische Filmwerk hat auch schon die Lizenz erworben. Also es wird den Film auch für Bildungseinrichtungen, für Hospizvereine, Trauergruppen, Schulen mit Begleitmaterial ab Dezember geben. Und da gibt es natürlich ein bisschen was zu tun. Ich schneide immer noch sehr viel. Auch das ist eine schöne Arbeit. Ich schneide gerade ein Projekt von einem befreundeten Filmemacher, Benjamin Rost, Haraga. Das wird bis Ende des Jahres laufen. Ich habe die letzten zwei Jahre an einem Drehbuchstoff gesessen, in dem ich auch versucht habe, viele dieser Themen, das Neuverlieben nach dem Verlust eines geliebten Menschen, die Auseinandersetzung mit Schuld und das Ganze in eine spannende Geschichte zu packen. in eine spannende, überraschende und vor allem emotional berührende Geschichte. Das geht weiter. Da möchten wir jetzt bald Drehbuchförderung beantragen und mit meinen Produzenten weiter daran arbeiten. Und ein Dokumentarfilm Ende des Jahres ist auch schon wieder, ist jetzt gerade gefördert worden über Michael Born, Deutschlands ersten TV-Fälscher und Erfinder der Fake News. Auch da ein Film, der mit ganz viel Archivmaterial entstehen wird. Also es passiert tatsächlich sehr, sehr viel und dann noch ganz viele Sachen, die so nebenbei laufen, die noch nicht spruchreif sind. Aber es geht auf jeden Fall irgendwie wieder weiter. Und ich hatte auch das Gefühl, dieser Dokumentarfilm, der war notwendig, dass ich zwei Jahre wirklich mal radikal den Blick auf mich lenke und wieder herausfinde, wer ich jetzt eigentlich noch sein kann. Und jetzt ist dieser Teil zumindest abgeschlossen und jetzt möchte ich auch gerne den Blick auf den Rest der Welt wieder lenken und mich auch wieder anderen Geschichten öffnen. Ich finde, das ist ein super schönes Schlusswort. Wir wünschen dir ganz, ganz viel Glück. Wir drücken dir die Daumen. Dein Film war wirklich wunderschön und ich hoffe, dass so viele wie möglich diesen Film sehen, weil ich kann mir total vorstellen, dass es bei der Trauerbewältigung wahnsinnig helfen kann. Und selbst Leute, wie ich schon gesagt habe, ich habe den Film auch geschaut und ich fand ihn so emotional berührend und ich komme auf den definitiv zurück, wenn ich irgendwann in dieser Situation bin. einfach, weil es, wie du meintest, vorher keinen Film in dieser Art gab. Also ganz viel Glück und wir wünschen dir super viel Spaß heute und natürlich noch auf deiner restlichen Kino-Tour. Genau. Danke. Erst im Krankenhaus sagt man mir, dass Angie den Unfall nicht überlebt hat. Hey, Angie. Wenn Energie nicht verbraucht wird, sondern sich nur verwandelt, wo ist sie hin? Wie soll das jetzt weitergehen mit uns? Welche Beziehung können wir jetzt noch führen, wo wir uns doch beide lieben, aber du nicht mehr da bist? Wie soll das jetzt weitergehen?